Auch die Bridge hat natürlich unterschiedliche Darstellungsarten von der jeweiligen Kategorie, in der du dich gerade befindest. Und diese Raster-Einstellung kannst du rechts unten verändern. Du hast hier zum einen so einen Slider, wo du die Bildgröße einmal bestimmen kannst. Du siehst, wenn ich jetzt hier weiter nach rechts gehe, dann werden die Bilder immer größer. Und wenn ich weiter nach links gehe, werden sie immer kleiner und das Ganze wird halt dementsprechend neu angeordnet. Daneben hast du halt weitere Buttons. Du hast hier einmal diese Miniaturansicht. Das sieht dann halt so aus, wie es jetzt gerade aussieht. Dann hast du eine Detailansicht. Das heißt, da bekommst du dein Bild und zusätzlich weitere Informationen zu deinem Bild, wie zum Beispiel Bildgröße, Brennweite und so weiter. Du kannst das Ganze natürlich auch als Liste anzeigen lassen. Da bekommst du sehr, sehr, sehr viele Informationen, die du natürlich auch selber für dich bestimmen kannst, indem du hier oben einfach einen Rechtsklick drauf machst. Und dann kannst du hier noch selbst Einstellungen vornehmen, wenn das halt für dich relevant ist. Aber ansonsten siehst du hier das Datum, wann es erstellt wurde, wann es das letzte Mal geändert wurde, die Maße und so weiter. Das heißt, hier unten in dem Bereich kannst du halt unterschiedliche Darstellungen von deiner Kategorie auswählen.